Oh, Alter, Junge, 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 hab ich schon gut geschlafen. Aber mein Rücken tut ein bisschen weh, Digga. Egal, ich hab gesehen, Dings, wir haben schon 8 Uhr, ich muss los zur Arbeit. Mr. Bahwawe hat mich gerufen gerade. Also, let's go, warte, ich muss doch kurz Kaffee machen, Digga. Kaffee ist am wichtigsten, so. Ih, Digga, was ist für ein vergammelter Topf? Dann da, bläh, Digga, Kartoffeln von gestern. Junge, Frau Chaya hat nicht mehr gekocht, Alter. Was macht die, Mann? Egal, dann geh ich halt ohne Ding zur Arbeit. Was soll, Scheiß drauf. Ich brauch nichts, oder? Hallo? Auf Wiedersehen, Digga, Junge, was machst du vor meinem Haus? Auf Wiedersehen, Digga. Ja. Ich hab ein Problem. Was willst du, Junge? Du musst zur Arbeit, keine Zeit mehr. Auf Wiedersehen, Digga. Was denn? Das Fiesamt hat keiner gerufen. Fiesamt. Fiesamt. Was wollen die? Was machen die? Wer ist das überhaupt? Die wollen mir keinen Job mehr geben. Bruder, jetzt mal ehrlich, Digga. Ich würde dir auch keinen Job mehr geben, so viel Scheiß, wie du baust. Aber auf Wiedersehen, Digga, was soll ich machen? Ich krieg kein Geld, ich hab kein Haus. Ich hab hier eine Mülltonne. Kannst du doch in einer Mülltonne wohnen? Nein. Auf Wiedersehen, bitte helfen mir. Wie? Bruder, egal, wo du hingehst. Ja, okay, okay. Oh ja, okay, okay. Bruder, ich mein nur. Ja, mach ich. Aber egal, wo du hingehst, immer. Oh ja, ja, ja. Ich krieg ein Job. Ja, ja, ja. Bruder, aber ich sag's dir. Ich sag's dir. Da, wo wir jetzt hingehen. Ich kann dir nicht versprechen, dass du dabei, wenn du alles andere schon nicht gepackt hast, dann wirst du da sowieso verkacken. Ei, Karabeu! Hey, Bruder, falsche Folge, falsche Folge. Okay, Bruder, ich bring dich jetzt hin, aber schwör mir und versprech mir, dass du keine Scheiße bauen wirst. Boing, 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 boing. Auf Wiedersehen, ja. Ja. Auf Wiedersehen, ja. Was? Wo gehst du eigentlich hin? Wir gehen jetzt zu meiner Arbeitsstelle. Und du, ich, ich sag, was? Wo ist das? Zeig ich dir jetzt, was ab. So, Bruder, komm mit rein. Okay, auf Wiedersehen. Aber pass auf, Digga, hier ist echt gefährlich. Ich wollte dich eigentlich nicht mit dir hinschicken, weil ich wirklich, was? Wir sind in Kolkenzitten. Wo, was? Kolkenzitten. Ja, ungefähr so, Bruder. Auf Wiedersehen. Mach ne, Junge. Ey, Forti. Forti, hör auf. Forti. Komm auf, auf Wiedersehen. Hör auf. Nein, jetzt wirklich, hier in dieser Stadt darf man keinen Spaß machen, Alter. Auf Wiedersehen, ne? Was? Was ist hier passiert? Ich sehe, das ist jetzt. Digga, ey, wir müssen unbedingt zu meinem Chef. Forti, hör auf. Die bringen dich hier um, wenn du Scheiße baust, dieser Stadt. Ich, ich, ich mach nichts mehr. Komm mit Habibi. Okay, jetzt komm, Habibi. So, Digga. Boah, Junge, was ist das hier für eine Stadt? Was ist hier passiert? Aber, auf Wiedersehen. Ja? Warum sind die so böse? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, normalerweise ist eigentlich alles hier voll schön gewesen. Was machst du? Oh, oh. Woher kommt das? Oh mein Gott. Ja, da oben, guck mal, da kommt der gerade. Ich bin Batman. Äh, Batman, Bruder, was geht? Alles okay, und bei dir? Ja, auch, auch alles gut. Ding. Wie bist du? Was bist du für ein Hütchen? Ich arbeite bei dir? Ach, ach so. Ich hab dir jemanden mitgebracht, der wird auch hier anfangen. Was ist das, was deine Mist... Forti! Forti, bleib stehen! Forti! Hallo! Was für Luftballon! Hey, Fischmissgeburt. Der hat, das ist kein Luftballon. Hallo, ich bin Forti. Weiß dich aus. Ja. Wollt ihr meinen Unterschlupf sehen? Ah, sehr gut. Forti! Bau keine Scheiße. Hey, der hat doch gesagt, schieß auf mich. Nein, okay. Ich hab dich gerade angeschossen. Nein, nein, jetzt okay, Bruder. Forti, bleib ruhig. Wenn du arbeiten willst, wenn du wirklich nicht rausfliegen willst, dann benimm dich jetzt. Okay, hast du dich gemacht? Also, Freunde, ich zeig euch meinen Unterschlupf. Seid ihr bereit? Ja, komm, komm, hau raus. Digga, ich glaub, das funktioniert echt. Ich glaub, du kannst echt arbeiten. Hier ist die Dorfdisco. Boah. Du denkst, man kann halt Baba Chayas klären? Ja, Frau Kachi kommt hier mal vorbei. Oh, Baba Disco. Gefällt euch? Yeah. Let's go. Und warum auch meine Stimmung? Ey. Okay, auf jeden Fall, krasse Disco. Danke, und das hier ist mein Hauptquartier. Das hier? Ja, kommt rein. Das hier? Nicht das. Das ist nicht mein Hauptquartier. Ah. Was für Sigma? Ja. Aber der hat doch auch so Latex-Meditzer. Okay, ich seh schon. Das hier ist dein Hauptquartier? Das ist mein Hauptunterschlupf. Kommt mit. Unterschlupf? Das ist aber nicht so geheim. Wayne Enterprises. Das ist deins. Ja, ich bin Bruce Wayne. Ja, und weiter? Müssen wir Sekretärin sprechen? Ich bin aufgeräumt, jetzt kommt mal mit. Egal, ich bin so gespannt auf die ganzen Geheimwaffen und so weiter und Autos und andere Sachen und... Hier ist ein Gadget. Ja, das ist ein Gadget. Schau dich das an. Siehst du diesen Fisch? Ja. Wenn er dir nervig wird... Ah! Alter, Alter, voll geil! Ah! Forti? Hey, du machst meinen Unterschrift kaputt. Forti, wo bist du? Ich weiß nicht, wo ich bin. Auf jeden Fall, Bruder, was ich aber jetzt sagen wollte, ich habe ihn eigentlich nur mitgebracht, weil der hat gerade ein bisschen Probleme und so weiter und wir wollen Ausbildung machen bei dir. Ich will, dass du dir ein bisschen beibringst, wie man hier Geld verdienen kann und so was. Geld verdienen? Ja, Held werden. Forti. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo seid ihr? Im Haus. Der Kleid kann nicht mal bis 10 zählen. Da vorne. Wie soll dein Held werden? Forti, 10 bis 10. Ähm, 1. 10. Es ist hoffnungslos. Na gut, aber für dich. Probier es wenigstens. Ja, probier es. Weil du heute mein Robin bist. Dankeschön. Also, Forti, komm mit, ich zeig dir was. Oh, das ist das Ding, du heißt Robin? Nein. Okay, willkommen zum Training. Ich bin Batman. Also, Batman. Heute zeige ich dir meine erste Lektion und zwar die Drachenhaltung. Oh, ich kann das auch. Robin kann das richtig gut. Forti, jetzt du. Jetzt du, Forti. Okay. Ver, 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 breit. Ja. Ver, ver, breit. Forti, jetzt mach einfach. Ha, hu, ha, hu, ha, ha, hu, Biss. Das war, Forti, das war das nicht. Was machst du da? Ey, das war. Der, der, der hat Dinge, du weißt, ein bisschen besser gemacht und so weiter. Der wollte ein bisschen angeben. Mach einfach nichts zur Aufgabe. Glaubt mir, Forti, der kann richtig, richtig heftige Sachen, Alter. Ich auch. Guck, was das für singen wird. Mh, Rapp, Rapp, Rapp. Und die? Na gut, Forti, komm mit zur zweiten Lektion. Und zwar der männlichste Tanz, den es gibt. Das habe ich aber nicht gelernt. Offenbar, Tick, ne? Ja. Müssten wir das auch können? Die kommen natürlich. Ich kann das aber nicht. Ja. Ich gebe euch eine Zweitension. Ja. Wow, yeah, wow. Offenbar, Tick, ne? Ist der Typ verrückt? Okay, Forti, wir kommen zur letzten und wichtigsten Disziplin. Okay, Offenbar, Bit, man. Das Fliegen. Der heißt nicht, Officer. Heißt du nur Batman? Batman, einfach nur Batman. Okay, fuhren doch mal, Mann. Bist du bereit? Ja. Feuer. Okay, Forti, ich zeig dir, ich zeig dir, wie das geht, okay? Kannst du das auch? Kannst du das auch? Ja! Guck, du springst einfach und dann einfach deinen Umhang aufmachen, okay? Du bist da her? Genau, einfach aufmachen, ja? Du bist da her? Ja, ja, ja. Okay, ich glaube an dich, Forti. Verkackt das nicht, der guckt uns zu. So, und. So, okay, Forti, jetzt bist du dran. Bleibt ihr bereit? Bin bereit. Okay, Forti. Und mal aufmachen, okay? Yay! Forti, wo bist du hin? Forti! Das bedeutet, der Joker hat sein Unwesen. Joker? Wer ist der Joker? Der Joker ist der böseste, evilste Mensch, den du jemals kennenlernen wirst. Hast du das gerade gehört aus dem Sinne? Ich hab's gehört. Ja, wollen wir jetzt losgehen und dann wollen wir jetzt hier weiterquatschen? Wir haben keine Zeit. Los! Seht ihr da unten, Freunde? Ja? Da unten ist der Joker. Okay, 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 wir schaffen das, Forti, wir schaffen das. Ja, ich glaube, dass wie ein Batman das regelt. Was? Hallo? Forti, Forti, wir müssen los, Forti, komm! Sir, was machen Sie hier? Forti, das ist ne Statue, Forti. Sir, was machen Sie hier? Ja, komm mit jetzt. Okay, wohin? Komm, der ist schon, der ist schon da vorne. Spring mit, spring mit, spring hinterher. Nein, das ist, Forti gut gemacht. Ich hab auch verkackt. Oh, ich bin so gut für's halbe. Hier. Warte, Warte, Forti, warte doch. Hier. So, ja, ich bin da. Okay, jetzt ruhig. Okay, leise, leise. Was ist passiert? Okay, Leute, leise, ich höre. Unter uns. Hört ihr los? Nein. Jetzt höre ich's, Digga. Hört ihr? Digga, der schnarcht so laut, das Burak? Hört ihr, Börker, Börker! Hört ihr, Börker! Warte, fisch da leise! Warte, du hast ihn aufgeweckt. Oh nein, nicht schon wieder, du. Digga, man weck deinen Burak auf. Nicht schon wieder, du loser. Heute bringe ich dich endlich ins Gefängnis. Wie die letzten 20 Jahre deines Lebens, die du verschwendet hast. Heute werde ich's schaffen. Ja? Wie? Was schaffst du überhaupt in deinem Leben? Ich bin stärker in dir, pass auf, was du sagst. Haben die Beziehungsstress? Dieser hessige Fischstein ist besser als du. Nichts kriegst du hin. Komm, sei mal ganz ehrlich, gib mir einfach einen Kuss, Baby. Äh, äh. Auf dem Weg. Forti. Komm, Baby. Komm, komm. Äh. Äh, auf dem Weg. Forti. Geil, ja. Hä, was geht's hier ab, Alter? Äh, äh, äh. Äh. Hihi. Du hast dich gerade Batman und Joker gleichzeitig getötet. Oder was auch immer das sein sollte. Aber das war voll komisch. Das war echt ein bisschen komisch. Hä? Egal, Forti, wir gehen aus dieser Stadt raus, Digga. Keine Ahnung, was das für eine komische Stadt ist, Alter. Oder ich glaube, Ding ist aufgeregt. Wir sollten einmal wieder irgendwas anderes machen. Aber ich weiß ehrlich nicht, was, Digga. Hast du irgendeine Idee? Ha! Oh, das ist weg, ne? Ja? Bääbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäb